Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Schleimvideo von mir. Ich hatte heute mal vor, den Schleim zusammen mit euch hier an meinem Tisch vor der Kamera zu machen. So wie ich es auch damals in meinem ersten Schleimvideo gemacht hatte. Und ich habe heute auch wieder einen Fluffy Slime für euch. Also einen luftigen, fluffigen Schleim. Allerdings braucht ihr dafür keinen Bilou-Schaum und auch keinen Rasierschaum oder Rasiergel. Denn wir machen den Schaum, den man dafür benötigt, selber. Und ich bin auch schon echt gespannt, wie das Endergebnis werden wird. Ich würde mal sagen, ich fange sofort an. Also viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Für den Schleim brauchen wir natürlich eine Schüssel und einen Löffel, damit wir das Ganze auch gut anmischen können. Außerdem brauchen wir Kleber. Es ist dabei auch egal, was für einen ihr verwendet. Also ihr könnt entweder durchsichtigen Kleber nehmen oder hier wie in meinem Fall einen Bastelkleber oder Bastelleim. Meiner ist hier zum Beispiel weiß. Außerdem brauchen wir für den Schleim Kontaktlinsenflüssigkeit. Ihr könnt auch Waschmittel nehmen, aber ich mache das jetzt hier mit Kontaktlinsenflüssigkeit oder Lösung. Einfach weil das hautverträglicher ist und das deswegen sich besser anbietet. Zum Einfärben benutze ich Acrylfarbe. Da könnt ihr auch Lebensmittelfarbe nehmen. Ich habe hier eine pinke, wie man unschwer erkennen kann. Außerdem brauchen wir ein bisschen Wasser, damit wir gleich den Schaum herstellen können, den man für den Schleim braucht. Außerdem eine leere Wasserflasche, wofür wir die benötigen, werdet ihr gleich sehen. Und ein Duschgel eurer Wahl und eine Zahnpasta. Und jetzt legen wir auch endlich mal los. Ich fange damit an, meinen Bastelkleber bzw. Bastelleim in meine Schüssel zu geben. Übrigens ist mein Kleber lösungsmittelfrei. Und das sollte der auch sein, damit ihr einen schönen Schleim hinbekommen könnt. Falls ihr euch übrigens fragen solltet, wo ich die einzelnen Produkte her habe, wo ihr die kaufen könnt, falls es euch interessiert, dann schaut einfach in die Infobox. Da werde ich euch das reinschreiben. Und genau, ich werde jetzt meinen Kleber erstmal in die Schüssel geben. Wie viel ihr da verwendet, ist natürlich komplett euch überlassen. Also ich werde hier jetzt einfach eine komplette Packung verwenden. Aber wenn ihr weniger oder mehr Schleim herstellen wollt, dann verwendet ihr halt eben mehr oder weniger Kleber. Mein Kleber ist jetzt schon in meiner Schüssel. Allerdings werde ich das Ganze jetzt erstmal beiseite stellen. Denn wir werden jetzt anfangen, den Schaum für den Fluffy Slime herzustellen. Den man natürlich benötigt, um einen luftigen Schleim herzustellen. Und zwar kommt da jetzt auch schon meine leere Plastikflasche zum Einsatz. Und zwar brauchen wir die, weil wir da jetzt ein bisschen von unserer Zahnpasta und unserem Duschgel reingeben werden. Und das werde ich jetzt machen. Was für eine Zahnpasta ihr verwendet, ist eigentlich echt egal. Und genauso ist es auch egal, was für ein Duschgel ihr verwendet. Also ihr braucht auch wirklich nicht viel. Ich habe da jetzt nur ein ganz kleines bisschen dazu gegeben. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen von meinem Duschgel dazu. Und zu guter Letzt werde ich da jetzt noch ein bisschen von meinem Wasser, also das ist einfach ganz normales Leitungswasser hinzugeben. Da braucht ihr wirklich nur ganz wenig von. Also ich glaube, so viel reicht sogar schon. Und das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist es, die Flasche richtig gut durchzuschütteln. Und man sieht auch sofort, dass ein Schaum entsteht. Also wer hätte es gedacht. So, ich habe hier zwar unten jetzt immer noch ein bisschen Zahnpasta, die sich noch nicht aufgelöst hat. Aber das ist jetzt kein Problem. Deswegen könnt ihr auch ruhig weniger Zahnpasta verwenden. Ihr braucht da wirklich nur ein kleines bisschen. Und das Ganze werde ich jetzt zu meinem Kleber hinzugeben. Und das mache ich einfach, indem ich den Schaum aus der Flasche rausdrücke. So sieht der Schaum jetzt bei mir aus. Und das Ganze werde ich jetzt einfach so lange vermengen, bis ich eine einheitliche Masse erhalten habe. So sieht die Masse jetzt bei mir aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Wahrscheinlich nicht, weil das ziemlich überbelichtet ist. Aber ich habe halt hier jetzt so eine richtig fluffige Kleberschaummasse. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Schritt. Und zwar werde ich jetzt meine Kontaktlinsenlösung zu meiner Klebermasse hinzugeben. Und eigentlich braucht man da ja meistens auch noch Natron. Allerdings ist der Natron hier schon in der Zahnpasta enthalten. Deswegen brauche ich den jetzt hier nicht noch extra dazu zu geben. Glaube ich jedenfalls. Also werden wir ja gleich sehen. Aber ich gebe jetzt erstmal ein bisschen von der Kontaktlinsenlösung hier zu. So sieht jetzt mein Zwischenstand aus. Also die Masse ist auf jeden Fall schon viel, viel fester geworden. Allerdings bildet sich irgendwie kein richtiger Schleim. Deswegen werde ich jetzt doch noch ein bisschen Natron hinzugeben. Also ich vermute halt, dass in der Zahnpasta einfach zu wenig von dem Natron enthalten ist. Und ich da ja auch wirklich nur ganz bisschen von der Zahnpasta hinzugegeben habe. Deswegen werde ich da jetzt noch ein bisschen Natron dazugeben. Und gut, man sieht direkt einen Unterschied. Also es wird auf einmal viel, viel fester. Mein Schleim löst sich inzwischen schon von dem Glas, wie man hier erkennen kann. Allerdings klebt er noch ein bisschen. Deswegen gebe ich jetzt noch ein letztes Mal Kontaktlinsenlösung dazu. Und dann müsste der auch schon fertig sein. So, ich werde jetzt mal anfangen, den Schleim mit den Händen weiter zu kneten. Einfach, weil der wirklich gar nicht mehr an den Händen kleben bleibt. Und Leute, ich habe wirklich das Gefühl, dass der viel, viel fluffiger und luftiger ist, als mit dem Bilou-Schaum damals. Und ich hätte es fast vergessen, Leute. Ich wollte den ja natürlich hier noch schön pink einfärben. Deswegen gebe ich jetzt noch ein bisschen von der Acrylfarbe dazu. Und ich werde da jetzt auch mal ein bisschen mehr dazugeben. Also wie ihr kennen könnt, ich habe da wirklich nicht mit gespart. Weil ich wirklich möchte, dass der mal so richtig knallig wird. So, das ist jetzt mein fertiger Schleim. Und ich finde, der ist wirklich gut geworden. Also falls ihr irgendwie keinen Rasierschaum oder Bilou zu Hause haben sollt, dann könnt ihr das auch wirklich so machen. Also wie ihr gesehen habt, das klappt echt gut. Und wenn ihr ein bisschen mehr Zahnpasta nehmt, dann kann es auch sein, dass ihr wirklich gar keinen Natron braucht. So, ich blende euch jetzt aber den Schleim nochmal schön von nahem ein. Und sage euch jetzt auch schon mal Tschüss. Vergesst auf jeden Fall nicht, morgen wieder einzuschalten. Denn morgen kommt natürlich ein weiteres Schleim-Video. Lasst gerne ein Abo oder ein Däumchen nach oben. Dann darüber würde ich mich mega freuen. Und ansonsten bis morgen. Und tschaui. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.